Hallo! So, ich wollte eigentlich nur ein Wort zum Freitag loswerden und euch ein wunderschönes Wochenende wünschen. Macht euch nicht so viele Gedanken, so viele Negative, denkt ihr an das Positive im Leben. Und die neue Weltordnung wird sich schon ganz alleine auflösen. Wenn wir alle zusammenhalten und es uns richtig gut gehen lassen auf dieser Welt und uns keine Grenzen setzen lassen, dann wird das alles sehr gut funktionieren. Alles, alles Gute! Tschüssi!